Die Leitstelle Die Leitstelle wird nicht mehr versprochen Sag mal, du hast doch ein MAN Schmeiß dich doch einmal ordentlich in die Tür, dann geht das mal wieder Und wenn nicht? Ja, dann schicken wir den Werkstattwagen und dann werfen sich Zweimann dahin Moment, probiert selbst mal Geht wieder Geht wieder Schmeiß Schmeiß Schmutz 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 Autos Einmal Kurzstrecke bitte. Einmal Kurzstrecke bitte. Hallo Wie z Rutschkova Ich hätte gern einen normalen Fahrschein Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben Danke Ich hätte gleich wieder ein Astier Das war's nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Konečna cazdavka, prosim zistupne. 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 V možete, prosim zistupne.